Gott. Wer ist da? Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung und das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportsfreund. Was wollt ihr? Ähm, ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir... dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen und... Ich geh nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und ne Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Das Gewehr nehm ich. Na klar. Jetzt zurück. Also lebt er vielleicht doch noch. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay. Ich verstehe. Es ist nicht leicht. Ein paar Fremden zu vertrauen. Und... Und der Verletzte. Du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Oh nein. Und die denn jetzt her? Du hast noch ne Waffe? Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gern mein Gewehr zurück. Nein, du hast deine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. Oh Gott, ey. Wir dürfen sie auf keinen Fall reinlassen. Nein. Okay. Eine Waffejagd gewinnt. Welche Fenster? Ah, Mann! Nur noch ein Schuss. Du hattest recht! Du kannst mit den Dingen besser schießen als ich! Na los, na los! Oh Gott, ey! Oh, du... Vieh, ey! Danke! Scheiße! Mann! Hier ist noch mehr Munition! Wo? Wo denn? Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, ich hab's auch geschnuppt. Okay, das war's für mich. Oh, das war's für mich. Xer. Ach, Mann. Boah, wie viel denn noch? Hä, gehst du? Ich bin das nicht. Ja, und wo? Ja, ich bin das nicht. Medi-Kid. Oh, fuck, ey. Kann die jetzt auf einmal alle her, ey. Scheiße. Und jetzt? Weißt du, wo es lang geht? Ich war hier noch nie. Ach, na toll. So, ein Glück. Äh, jetzt kann ich das ganze Zeug draufnehmen. Hier lang. Ich folge dir. Alles in Ordnung? Du musst dir um mich keine Sorgen machen. Okay. Folge mir. Und pass auf. So, so. Fuck. Hey, Kleine. Alles klar? Ist okay. Mehr Flicker. Verschwende da! Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, natürlich. Ich hasse es, ey. Komm schon. Das fühl mich schon wiedergesehen. Ey, wie viel Schuss hält denn das scheiß Ding aus, ey? Ey, ich hab viermal auf das Kack-Ding geschossen, ey. Es kommt schon. Danke. Ich hab viermal auf das Kack-Ding geschossen, ey. Jetzt kann ich trotzdem noch das fertigen? Okay. Okay, da steht einer. Jetzt weiß ich, muss ich irgendwie versuchen, vorbeizukommen. Oh, Mann. Jetzt aber. Oh, Mann. Alter, das Ding bewegt sich jedes Mal vorbei. Okay. Okay, ich will das nochmal. Auch nicht. Okay. Ganz ruhig. Jetzt. Gut, ich bleib' noch zwei. Oh, leu. Hier geht's ja runter. Hab' ich das Feuer gewusst, ey. Hätt' ich mir so sparen können mit dem Feilen. Oh, Mann. Was jetzt der Epilog ist. Ich hab' mir mal ein Trusschen. Und wo komm' ich jetzt hier raus? Oh, fuck. Oh, wo komm' ich jetzt hier raus? Ach, hier. Alles klar? Oh, da bist du ja. Komm, komm. Da ist die Tür. Das war knapp. Wir müssen da hoch. Welcher? Mit der? Ja, wie komm' ich da dran? Muss ich da hoch oder was? Ach so. Das ist ganz komisch, ey, mit der zu spielen. Beeil dich. Und halte nach ihnen Ausschau. Schon klar. Das sind alle Wunden. Sind's die noch unten alle? Hörfte kommen ins Ohren, Leute. Nein. Alter. Komm schon. Oh, ich krieg' die Krise, ey. Mann. Ach. Ich glaube, das kann ich nicht mal anders lösen. Leck mich doch am Arsch. Mann, jetzt wächst du auf die scheiße Waffe. Geht doch. Ja, alles okay. Die Krise, ey. Es ist so blöd, ihn abzuschießen, ey. Die ganzen Pfeile futsch. Den haben wir hier jetzt gefunden. Travis Christoph. Ach, wie mir aus. Ach, Gott, ey. Okay. Ab runter, da mal. Bitte schön. Oh. Guck. So, da mal hoch. Ja, komm. Hier durch. Okay. Ist mir klar. Was du nicht sagst. Lass auf, was du sagst. Okay, alter Mann. Alter Mann. So, wo noch Zeug. Ist das schon mal gut. Ach, nee. Die schreien nur rum, ey. Sofort los. Oh ja, Bogenpfeile. Das ist gut. Alter, voll sold. Sieht aus.